Ein neuer Modestil, Grunge. Was? Ja, Grunge. In ganz Europa ist das Grunge-Fieber ausgebrochen. Und es kommt wie fast alles aus Amerika, aus Seattle. Und heißt auf Deutsch so viel wie schmuddelig. Und so sehen die Sachen auch aus, die die Generation der 18- bis 20-Jährigen trägt. Alles muss ein wenig gammelig aussehen. Am liebsten vom Flohmarkt. Und wie man die Klamotten abends vor dem Bett fallen lässt, so zieht man sie wieder an. Grungeys sind absolut krisenfest. Egal, ob es rauf und runter geht in der Wirtschaft, sie gehen ihren Weg. Wenn sie auf Shopping-Tour gehen, dann suchen sie Orte auf, wo die Ware billig ist. Abgelegtes ist dafür ideal. Grunge, das ist der freiwillige Rückzug in die Bescheidenheit. Kaschmir und Seide, Wall-Street-Karrieren, Glamour und Star-Allüren. Die Werte der 80er Jahre sind bei ihnen out. Ihre Zukunft ist es Recycling. Mit dieser Stilrichtung werden sie ganz sicher die Ästhetik der 90er Jahre prägen. Grunge, der neue Look mehr als nur Zeitgeist, vielleicht gar Ausdruck eines neuen Lebensgefühls, weg vom Luxus hin zu den Werten des alten Hippie-Protests? Man findet das gerade besonders unter reichen Leuten, obwohl diese Leute eigentlich überhaupt nichts damit zu tun haben, dass solche Leute... Das ist Shakespeare, um den Reichen zu distanzieren. Ja, und das ist einfach Mode geworden. Also es ist in-freakig auszusehen.